Hallo, wir sind das Regie-Duo Boss und Stennart und als Münchner Filmemacher freuen wir uns wahnsinnig, dass wir auf dem Münchner Filmfest vertreten sind und zwar mit unserem neuen Film Adrenalin, ein Psychothriller nach dem Roman von Michael Rowethon. Genau, wir haben Ulrich Nöten in der Hauptrolle. Es ist der Beginn einer neuen Reihe und es ist spannend, düster, atmosphärisch und wir freuen uns sehr, den Film am 1. Juli zu präsentieren.